Carreer Mobility ist die erste nachhaltige und soziale Mobilitätslösung für Wohnquartiere, also im Endeffekt für ihre Nachbarschaft. Die Technologie, die wir verwenden, ist eine Smartphone-App. Dort sind alle drei Funktionen abgebildet. Das Selbstfahren, worüber die Fahrzeuge, die wir bereitstellen, geöffnet werden kann, gebucht werden kann. Das Mitfahren, worüber sich Fahrgemeinschaften finden können und das Mitbringen, worüber man digitale Einkaufslisten in der Gemeinschaft teilen kann. Und das Besondere an der Stelle ist, man kann sogar seine Einkaufsliste direkt an das lokale Gewerbe schicken, als eine Bestellung. Ich weiß, wie das ist, wenn man arbeitet, viel zu tun hat oder ältere, gehbehinderte Menschen, die es von Hause aus schon schwer haben, ihre Einkäufe zu erledigen. Und da bin ich dankbar, wenn ich unterstützen darf. Und deswegen sage ich, ja, da bin ich dabei. Und zwar ist es so, dass die Funktionen Mitfahren und Mitbringen mit einem Anreizsystem verbunden sind. Das bedeutet, derjenige, der jetzt jemanden mitnimmt oder jemandem etwas mitbringt, bekommt dafür einen kleinen finanziellen Obolus. Wir arbeiten eigentlich immer mit lokalen Partnern zusammen. Das ist auch das, was uns, glaube ich, von anderen Lösungen unterscheidet. Wir stellen nicht einfach eine standardisierte Lösung auf die Straße und hoffen, dass die Nutzer oder die Anwohner das dann verwenden, sondern haben die Möglichkeit, über eine Befragung und über Bürgerworkshops wirklich zu verstehen, was die Anwohnenden in dem jeweiligen Wohnquartier brauchen. Und immer mit dem vor Ort ansässigen Partner entwickeln wir dann das Konzept und bringen das in die jeweiligen Wohnquartiere.